Wer kennt ihn nicht? Johann Lafer. Er ist Liebling der Zuschauer und der Gourmetwelt. Johann Lafer, Sternekoch. Mhh, lecker! Was verbindet sich mit Grafs? Als nächstes Mal bin ich hier geboren. Ich habe exakt vor 30 Jahren in dieser Halle hier gekocht auf der Messe. Und ich habe damals gesagt, mein Traum wäre einmal bei Thomas Gottschalk auf dem Sofa, weil wir da sitzen. Heute bin ich hier, aber es ist für mich ganz besonders. Guten Abend, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Lafer einfach kochen. Johann massiert wieder Lebensmittel, schau mal. Ja, das sind Kartoffeln. Schmeckt. Diese frische Luft und dann diese Herausforderung, da 13.000 Zuschauer im Stadion, die Stimmung und dann Vollgas geben, ja. Ja, das hat wirklich etwas in mir ausgelöst, wo ich gesagt habe, Mensch, Johann, das macht Spaß. Wie dick darf ich alle sein? Nicht Dekker als Dekker. Berühmt für seine Kochkunst und seine kulinarischen Kreationen, beliebt für seinen Charme und seinen Humor. An die Töpfe, fertig, los. Aber weißt du, kein Gramm Salz, gar nichts, nichts. Das ist wirklich, das ist wirklich schon Kost. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier in Pregens auf der Seebühne. Hier ist Laferlichter Lecker live. Hallo. Seine Bücher rund um das Kochen sind preisgekrönt und erreichen Bestsellerauflagen. Alle lieben seinen wahrhaft guten Geschmack.